Wenn es ums Thema Halo Collective geht, dann spalten sich wirklich extrem weit die Meinungen auseinander. Manche sagen, ja hier besteht kein Grund mehr zur Hoffnung, das Unternehmen ist hier mehr oder weniger verloren und manche vermuten, dass es vielleicht wieder eine Art Comeback geben könnte, eine Art Reise in die Vergangenheit, wo die Kurserlebnisse noch extrem positiv waren, wo wir teilweise schöne News hatten, einen schönen Anstieg, einzelne Impulse, Kaufsignale, einen schönen Kaufdruck und eine natürliche Kursentwicklung seines der Aktie und gerade diese Zeiten könnten vielleicht wieder kommen oder könnten vielleicht auch nicht kommen. Diese Fragen werden wir im heutigen Video explizit eingehen. Wir werden gucken, wie die Situation aktuell ist. Wir gehen auf die technische Schadernlöse ein, wir gehen auf das Unternehmen an sich ein, dabei mit paar wirtschaftlichen Situationen, mit der allgemeinen Marktsituation, um dann vielleicht auch diese Frage zu beantworten zu können. Hier wird es jemals wieder so sein wie früher oder müssen wir diese Aktie am besten vergessen? Diese Fragen kommen alle im heutigen Video dran. An der Stelle aber erstmal Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und Fanning Show ist mir wieder Zeit für eine Halo Collective Aktieanlöse. Und gerade einen Tag vor Weihnachten dachte ich mir, ja, Halo Collective ist zwar aktuell nicht so spannend, aber dennoch will ich hier einmal kurz wieder ein kleines bisschen Licht ins Dunkle reinbringen und probieren hier diese Schlüssigkeit etwas detaillierter darzustellen. Wir haben vor kurzem eine wichtige Resistenzmarke unterschritten dazu, aber erstmal etwas detaillierter im ersten Teil und zwar in der technischen Chartanalyse. So und damit fangen wir an und analysieren einfach mal die Aktie hier bei der normalen Heimatbörse in Kanada positioniert. Ihr seht es hier, wir haben einen etwas längeren fallenden Trend hinter uns gehabt. Zudem hatten wir einen stabilen Boden bei ca. 1,5 kanadischen Dollar. Nachdem dieser Aktie ein Reverse-Split hier gemacht wurde, wo die Aktie eigentlich nur teilweise nur Cent-Bereiche wert war oder Zehntel-Cent-Bereiche wert war, haben wir dann letztendlich einen Split von 1 zu 100 gemacht, einen Reverse-Split. Das heißt, aus dem Punkt wurden aus 100 einzelnen Aktien eine neue gemacht, eine neue Stammaktie wurde dadurch verfasst. Hat auch teilweise gute Stimmung eingebracht, dabei sind wir teilweise bis auf 7 kanadischen Dollar hochgegangen. Viele Leute dachten, ja hier ist wieder eine Impulssetzung, hier könnte man vielleicht wieder ein bisschen agieren, ein bisschen investieren, wäre natürlich möglich. Leider hat es leider auch in den kommenden Tagen direkt nach diesem Reverse-Split einen etwas größeren fallenden Trend gegeben, so dass wir uns auch gerade da in dieser etwas größeren Konsolidierungsbewegung bei beiden von ca. 1,5 kanadischen Dollar gesehen haben. Diese Marke bei 1,5 kanadischen Dollar ist ein explizites Zeichen, eine Sicherung und zudem auch gleich ein Boden, der natürlich gewisse Stabilität bereitstellt. Das Ganze hat leider jetzt so ein paar Konsequenzen gehabt, da kommen wir gleich zu. Aber ihr seht es jetzt hier, nachdem wir dann hier am ca. 27. Oktober 2021 noch in diesem Jahr von dieser Marke abgeprallt sind, sind mit weiteren positiven News, das meine ich, glaube ich, ist die GHCP-Zertifizierung gewesen, dazu auch gleich ein bisschen mehr, ein steigender Trend wieder zustande gekommen, sehr, sehr positiv auf jeden Fall, aber das hat ebenfalls nicht lange angehalten. Ihr seht, es ist ein steigender Trend, viele Leute gehen da sozusagen ganz schnell mit oder verkaufen die Position direkt danach wieder, darum haben wir direkt wieder danach einen Abverkauf gehabt und dieser fallende Trend, seitdem diese Aktie letztendlich relativ stark auf ca. 4,47 US-Dollar, oder sorry, kanadischen Dollar gestiegen ist, ist dann auch wirklich präsent dafür gewesen, dass wir dann irgendwie diese Seitwärtsbewegung bzw. auch diesen leichten Konsolidierungsgang gegangen sind. So, mit dieser Marke bei ca. 1,5 kanadischen Dollar im Hinterkopf, gucken wir uns einmal kurz die letzten paar Handelswochen hier von Halo Collective an. Ihr seht, ist, der Aktienkurs ist nach dieser etwas größeren Konsolidierungsphase einfach weiter gefallen. Am 7. Dezember hatten wir noch einen weiteren positiven Puls. Es kommt zwischenzeitlich mal vor, aber im Allgemeinen ist die Trendsituation etwas negativ eingepreist. Was ihr seht, ein fallender Trend auch am heutigen Tag, ein Minus von ca. 2,8% hier bei der Heimatbörse. Dann noch diesen leicht positiven Puls, ging es aber auch schon wieder bergab und jetzt müssen wir etwas detaillierter hinkommen. Wir halten im Kopf, diese Marke bei 1,5 US oder 1,5 kanadischen Dollar hatte in der Vergangenheit relativ stark Standgehalten. Hier bei ca. 8. Oktober sind wir exakt an diesem Wert abgeprallt, dann auch am 27. Oktober und jetzt gucken wir etwas detaillierter hin, wie das hier aussah. Gerade am 15. Dezember, 16. Dezember und ebenfalls auch am 17. Dezember hat diese Marke erst mal Standgehalten. Da konnte man direkt am 17. Dezember so eine Reaktion sehen. Man hat gedacht, ja der Boden hält Stand, da könnte man eigentlich nochmal zuschnappen. So haben sich viele Aktionäre wahrscheinlich erstmal diese Resümeehaltung gedacht und dachten dann, ja ich steige hier nochmal ein. Scheint ja hier zu funktionieren. Boden hält Stand, in dem Fall wieder eine antizyklische Reaktion. Sprich ein schöner steigender Trend, nach diesem etwas größeren fallenden Trend hätte auch zustande kommen können. Aber bedeuerlicherweise war denn wirklich der 20. Dezember eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist erstmal negativ für Halo Collective ausgefallen. An diesem Tag ist die Halo Collective Aktie nämlich um mehr als 8,65% gefallen. Ein maßgeblicher Verkaufimpuls war aber auch ebenfalls die Marke bei 1,5 kanadischen Dollar. Ihr wisst es, diese Marke hat damals in der Vergangenheit immer relativ gut Standgehalten. Aber nachdem wir diese unterschritten haben, sieht es natürlich erstmal negativ aus. Und dabei kann man natürlich jetzt auch erstmal befürchten, ja ich glaube dieser fallende Trend kann auch erstmal lange anhalten. Und damit haben wir schon den ersten Punkt der allgemeinen Analyse geklärt. Wir wissen, wie ist die Situation aus der technischen Chartanalyse. Aus der Perspektive, wie das eigentlich objektiver kaum sein kann. Das heißt, wir haben die Analyse, wir wissen die Marke bei 1,5 kanadische Dollar wurde unterschritten. Erstmal negativ einzustufen. Und das stimmt auch, hier seitens der technischen Chartanalyse sieht man erstmal nur wichtige, extrem auffallende negative Hauptkriterien. Doch jetzt soll man natürlich nicht nur die technische Chartanalyse beurteilen, sondern auch auf eine etwas größere Vielfalt von einzelnen Analysemitteln aufgehen. Und hier gerade wäre natürlich auch interessant zu fragen, wie ist die Stimmung bei uns Anleger? Wie ist das allgemeine Bild? Wie stehen die Leute zu Halo Collective? Gibt es überhaupt noch positive Stimmen? Gibt es überhaupt noch negative Stimmen? Wie ist allgemein die Stimmung seitens der Aktionären? Und hier würde ich tatsächlich sagen, die Stimmung ist überwiegend positiv. Es ist jetzt nur meine Betrachtungsweise. Ich kann auch nur das sagen, was ich so grob erkannt habe in den einzelnen Situationen, unter den einzelnen anderen Videos, in Foren, was auch immer. Ich habe mich da relativ lange durch die Gegend gesucht, um so ein grobes Stimmungsbild jetzt hier auch für euch zu vermitteln zu können. Aber überwiegend sehen wir eine positive Stimmung. Aber trotzdem ist diese überwiegend anhaltende positive Grundstimmung geprägt von einzelnen Ängsten und natürlich auch der Respekt vor der Aktion, gerade auch hier vor diesem fallenden Trend, der wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen weiter anhalten kann. Das heißt, hier sind eigentlich im Allgemeinen viele Leute positiv gegenüber Halo Collective eingestellt. Und das ist nur meine Meinung. Ich habe das selbst nur gesehen. Kann natürlich sein, dass es auch komplett anders ist. So habe ich diese Beratung erstmal persönlich wahrgenommen. Aber wie gesagt, diese positive Stimmung ist aber auch geprägt von einzelnen Ängsten und teilweise auch Panikverkäufen, die hier auch wieder durchgeführt werden. Das ist eine Art Kettenreaktion. Hier reißt der erste Stop-Loss nach dem anderen Stop-Loss. Das zieht sich durch und durch, bis die Aktie dann immer weiter und weiter fällt. Und gerade da fehlen so ein paar Bestandteile, die auch wirklich essentiell wichtig sind. Aber welche Bestandteile braucht man denn jetzt, um jetzt wirklich zurück in die alten Zeiten zu kommen? Welche Situation braucht man, um wirklich sagen zu können, Ja, wir sind wieder da in dieser Zeit, wie es früher war. Wir haben positive Impulse, positive einzelne Trendhaltung, schöne Anstiege, teilweise bis zu 10-20% an einem Tag. Und natürlich auch die positive Newslage im Hintergrund, die das Ganze noch unterstützt. Und ich glaube, diese positive Newslage ist das Hauptkriterium. Das brauchen wir wirklich. Und wenn wir keine positive News haben, nichts Neues hier vom Unternehmen kommt, dann bin ich hier auch wirklich gar nicht mal so überzeugt von der Halo Collective Aktie. Ihr seht es zum Beispiel hier, falls ich mir das nicht irre, kam hier die GACP-Zertifizierung raus. GACP-Zertifizierung ist letztendlich die Zertifizierung, ein Zertifikat, dass man aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen Cannabis auch in die Europäische Union exportieren darf. Dass man letztendlich die Produkte nicht nur im eigenen Land vertreiben darf, sondern dass das Ganze auch weitergeht. Dass man in neue Markträume reinkommt. Und gerade diese News hat natürlich extrem gute Laune für uns Aktionäre hier dargestellt, weshalb der Aktienkurs dann auch von ca. 1,5 kanadische Dollar auf zum Spitzenwert 4,5 kanadische Dollar gestiegen ist. Auch eine relativ logische Situation. Neue Markträume, neue Chancen, neue Einnahmen, neue Umsätze und dadurch auch neue Gewinnen, um die einzelne Verschuldung zu minimieren und das wieder alles zu reinvestieren. Das Ganze ist ein logischer Zyklus, der hier seitens Halo Collective Aktie passiert. Aber was ist so in den letzten zwei, drei Wochen passiert? Ich habe jetzt ein bisschen länger geguckt nach News-Situationen. Wie gesagt, in einzelnen Foren, da kann man aber auch nicht immer drüber hören, aber explizit auch in einzelnen Newsräumen, da ist wirklich wenig passiert. Auch bei der Webseite von Halo Collective ist hier aktuell nicht so viel los. Da können wir auch nochmal kurz drüber gucken. Auch hier, ihr seht es, die letzte News ist am 22. November rausgekommen. Einen knappen Monat her und was war das für eine News? Ja, die ändert das Aktien-Symbol wieder zurück auf HCANF. Also, ja, ist jetzt auch nicht so eine prickelnde News dann hier weiter. Ebenfalls auch am 22. November eine Registrierungserklärung durch Erkennerkopf für den geplanten Börsengang. Hört sich an sich ganz gut an, da sind die teilweise investiert. Wie gesagt, ist eigentlich relativ gut. Wir haben da hauptsächlich die Anteile davon, wie gesagt, auch Bezugsrechte dadurch eigentlich relativ positiv. Wir gucken kurz, was am 22. hier passiert ist. Ähm, das müsste der 22. November sein. Wo haben wir den hier? Ja, wie gesagt, ist auch jetzt nicht so prickelnd angekommen bei den Aktionären. Ihr seht es, diese News oder diese Verbindung zwischen Unternehmen und Aktionäre, da stimmt irgendwas nicht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, die News kommen nicht gut raus. Die News kommen generell auch nicht gut an. Und deswegen kann man natürlich auch wie erwartend hier diese einzelne Schlussfolgerung ziehen, dass die Situation aktuell wirklich leicht auf der Kippe steht. Und bis jetzt hin können wir festhalten, der Aktienkurs ist laut der technischen Chartanalyse aktuell nicht positiv. Wir haben gerade vielleicht aktuell ein schönes Bus von ca. 1,4%. Es rettet sich auch aktuell wieder ein bisschen, dass Handelsflug steigt. Aber im Allgemeinen haben wir eine wichtige Marke unterschritten. Und das führt generell immer zu einzelnen turbulenten Phasen, die natürlich auch in den kommenden Tagen entstehen können. In Kombination dessen ist die allgemein technische Marktsituation auch nicht positiv. Ihr seht es, neue Corona-Varianten. Wie soll man denn richtig anbauen? Wie soll man denn richtig in den Vertrieb logistische Bereich abdenken, wenn im Hintergrund ein Coronavirus wütet? Wie soll man das alles richtig gut umsetzen? Es geht einfach nicht. Dabei habe ich noch ein kleines bisschen Verständnis dazu. Die Situation auf den allgemeinen Märkten, Inflationsängste etc. Die neue Omikron-Variante Corona. Generell habe ich auch schon gerade aufgegriffen. Ist alles etwas negativ. Aber trotzdem lässt Halo Collective sich da meines Erachtens gar nicht mal so stark von dieser Situation beeinflussen. Vielleicht, wenn Corona vorbei ist, könnte hier wieder ein schöner Anstieg entstehen. Wobei hier auch wirklich nicht die hauptsächliche Bezugssetzung da ist. Ein weiterer Punkt ist natürlich jetzt die Stimmung. Wie gesagt, weitestgehend positiv, dennoch mit so ein paar negativen Gedanken im Hintergrund. Ja, Ängste, was kann hier noch auf uns zukommen? Man will teilweise, glaube ich, verkaufen. Diese Kettenreaktion findet auch aktuell weiterhin statt. Muss man natürlich selbst wissen. Und dann geht es weiter mit der News-Situation. Es ist, wenn man jetzt mal so rüber guckt, die ändern das Symbol. Irgendwie Registrierungserklärung durch den Kennerkopf für den geplanten Börsengang. Ja, es ist halt nicht genug, sagen wir es so. Es ist halt nicht genug. Und allgemein kann man da wieder zurückschließen, dass die Verbindung zwischen Unternehmen und Aktionär einfach nicht so stark beständig ist wie bei anderen Unternehmen. Das ist so ein bisschen problematisch, denn diese Punkte sind eigentlich essentiell wichtig für einen steigenden und natürlichen Aktienkont. Und ich glaube, wenn man daran arbeitet, sprich, wenn Halo Collective explizit auch daran arbeitet, jetzt wirklich das Unternehmen teilweise umzustrukturieren, haben sie auch schon irgendwann mal in der Vergangenheit probiert. Aber wenn die das auch explizit umsetzen, die auch wirklich darauf achten, dass man Entwicklung sieht, dass man einzelne Prozesse mitkriegt. Und wir als Aktionäre, wir sehen das gerne, wenn eine schöne Entwicklung da ist, wenn sich ein Unternehmen prächtig entwickelt, neue Zahlen, neue Ergebnisse, neue einzelne Verträge, Kooperation und sonstiges, weitere Markträume erobern. Und da kann man so viele Beispiele nennen, wenn das passiert und wenn wieder eigentlich gefühlt wöchentlich oder es reicht ja schon jede zwei Wochen, eine News wäre auch ausreichend. Aber nicht irgendwie ein Monat Pause, dann kommt ein Monat was. Das ist ein bisschen zu wenig, würde ich da sagen. Und gerade das ist natürlich eine Voraussetzung, um die Verbindung zwischen Aktionär und Unternehmen zu stärken. Dann könnte man ebenfalls auch hier damit rechnen, dass die positive Stimmung nicht nur bei den Aktionären bleibt, sondern auch auf den Aktienkurs wieder übengesetzt wird. Und gerade dann hätte man natürlich einen schönen Aktienkurs seitens Halo Collective. Man könnte auch mit einem steigenden Trend rechnen. Aber wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, wenn man nicht daran arbeitet, auch aktuell nicht aus der newstechnischen Situation und diese Verbindung, und das ist wirklich ein Kernthema, dann sehe ich hier aktuell erstmal schwarz. Um jetzt nochmal konkret zu dieser Frage Stellung zu nehmen, können wir es schaffen, hier in diese älteren Zeiten wieder zurückzukommen, wo die Aktie damals noch relativ gut gestiegen ist. Ihr seht es hier, wir können auch gerne mal rauskommen, ihr habt noch so ein kleines Bild, was hier überhaupt alles los war. Ihr seht diese extrem guten Zeiten, wo wir damals auch platziert sind, die einzelnen Werte stimmen jetzt nicht so ganz, weil das natürlich alles vor dem Split war, da war die Aktion und teilweise Cent und da war ein Pennystock, alles noch. Aber ihr seht es hier, es war auch mal natürlicher Aufwärtstrend zu sehen, nicht nur abwärts. Es ging auch positiv nach oben, innerhalb von weniger Tagen haben wir schöne Impulssetzungen gehabt. Und das Ganze fehlt in den aktuellen Tagen, auch hier müsste man natürlich darauf achten. Aber ich bin überzeugt, wenn sie sich anstrengen und wenn das möglich ist, dann kann man hier auf jeden Fall noch positive einzelne Kurselemente als Aktionär erleben. Das Ganze sieht aktuell aber etwas kritisch aus. Das heißt, man braucht viel Zeit, man braucht viel Arbeit und es ist natürlich auch, wie gesagt, ein relativ kraftaufsetzender Prozess, den man hier letztendlich durchführen muss. Wenn das Ganze aber gelingt, kann man auch damit rechnen, dass hier wieder ein schöner, steigender Zeit zustande kommt. Aber, wie gesagt, es sind extrem viele Faktoren, die ich auch bereits schon tausendmal aufgezählt habe im heutigen Video, die dabei erfüllt werden müssen. Wenn nicht, dann kann das hier ganz schnell zu Komplikationen führen. Und jetzt noch eine Frage, wie sollte man denn jetzt als Aktionär vorgehen? Wie würde ich persönlich in dieser Situation vorgehen? Klar, ich würde die Situation auswarten. Ich würde, wenn ich investiert bin, ebenfalls warten. Wir haben aktuell schon einen feilenden Trend. Ich meine, ob man jetzt noch ein weiteres Mal 10% Minus macht oder nicht, wenn das Geld erstmal nicht, wenn man nach keinem Verwendungswerk aktuell viel hat, dann kann man das auch von mir aus auch bei Halo Collective erstmal liegen lassen. Schadet ja erstmal nichts, solange hier keine größeren, negativen News rauskommen. Dann muss man damit sehen, dass man hier irgendwie rauskommt, weil dann kann das ganz schnell auf negativen Brat krippen. Dabei muss man natürlich wieder alles im Hinterkopf behalten. Corona-Situation, alles rund um die Aktien muss natürlich dabei sein. Aber, wenn ich jetzt erstmal so grundlegend sagen würde und ich investiert wäre, dann würde ich abwarten und hoffen, dass hier diese Situation gebessert wird. Dass wir, wie gesagt, wieder in diese alte Zeit reinkommen, wo wir schöne Impulse haben, schöne Anreize, schöne einzelne News im Hinterkopf. Eigentlich generell auch natürliche Trendverhältnisse, was den Aktienkurs angeht. Schöne steigende Kurse, wie gesagt, auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Indiz dafür. Aber das dauert natürlich. Und gerade da muss man immer sich die Frage stellen, bin ich bereit, diese Zeit, es könnten Monate, es könnten Jahre, es könnten, wie gesagt, auch nur ein paar Tage sein. Bin ich die Zeit, bin ich bereit, diese Zeit abzuwarten oder will ich jetzt hier einfach das Geld irgendwie anders investieren? Wenn die erste Möglichkeit der Fall ist, dann wartet man einfach ab. Wenn man hier irgendwie das Geld anders, einen anderen Verswendungszweck hat und denkt vielleicht mit anderen Aktien kann ich aktuell mehr Gewinn machen, dann soll man das ja auch am besten rausnehmen. Schadet ja erstmal nichts. Hier, falls man neu kaufen will, nachkaufen will, abwarten, bis man wirklich diese Verbindung hat, bis man wirklich auch wieder schöne Impulse sieht, denn niemals im fallenden Trend investieren. Das ist ja, und ihr seht es im Allgemeinen, die Aktie fällt. Von daher einfach abwarten, bis wir einen positiven Trend sehen und dann könnt ihr zuschnappen. Vorher aber bitte nicht. Und immer auf die einzelnen Hintergrundsituationen achten. Und damit haben wir die Situation bei Edo Collective eigentlich relativ ausgiebig geklärt. Ich finde es mal wieder interessant und ich hoffe tatsächlich auch, dass sich das Ganze zum Besseren ändert. Aber wie gesagt, ich bin auch gar nicht mehr so überzeugt von der Aktie. Trotzdem hoffe ich, dass du jetzt hier so ein kleines Bild machen konntest, was hier aktuell so teilweise schiefläuft und was hier der Aktie bzw. auch dem Unternehmen fehlt, um hier wieder auf bessere Zeiten zu hoffen. Gerade diese einzelnen Bestandteile sind wirklich essentiell wichtig dafür, dass man hier einen natürlichen steigenden Trend hat. Wie gesagt, das sind fundamentale Sachen, aber auch einzelne newstechnische Sachen, auf die es hier im Hintergrund erstmal ankommt. So, mit diesen Worten will ich mir jetzt erstmal verabschieden. Ich mache eine kleine Pause, aber nur eine ganz kleine Pause. Wie gesagt, morgen ist Weihnachten. Von daher erstmal schöne Feiertage als erster Stelle. Ich melde mich dann aber erst wieder Montag. Das heißt, die kommende Woche am Montag direkt mit neuen Videos. Hier aber bitte drei Tage Pause muss auch mal sein. Wie gesagt, wenn man jede Woche gefühlt zehn Videos hochlädt, dann muss man auch mal zwischendurch eine Pause machen. Habt Verständnis auf jeden Fall. Wie gesagt, Weihnachten braucht ihr euch eh keine Aktieanalyse angucken. Das macht eh keinen Sinn. Und am Wochenende ist die Börse oder so geschlossen. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, schöne Feiertage. Feiert schön, aber nicht zu viel. Denkt an Corona, muss man auch mal zwischendurch sagen. Aber sonst müsste das alles eigentlich laufen. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns gleich noch zu AMC Entertainment. Und natürlich auch noch einen schönen Abend. Und Chibi-O.